Florian Silbereisen und Beatrice Egli sorgen erneut für Aufsehen in der Welt des deutschen Schlagers. Die beiden beliebten Schlagerstars, die bereits durch zahlreiche gemeinsame Auftritte und Projekte bekannt sind, sollen nun auch privat zueinander gefunden haben. Diese Nachricht hat die Schlagerszene in Aufruhr versetzt und die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Doch während ihre Liebesgeschichte immer mehr an Fahrt gewinnt, gibt es neue Entwicklungen, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Kürzlich fand Florian Silbereisens Schlagerboom, in der Stadt, eine Show, die seit Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens ist. Doch an diesem Samstagabend musste sich die Glitzerwelt des Schlagers einer übermächtigen Konkurrenz geschlagen geben der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Mit einem überwältigenden Marktanteil von 863 Prozent bei den klassisch Umworbenen ließ das Fußballspiel den Schlagerboom weit hinter sich. Die Einschaltquoten der Show waren enttäuschend niedrig und die Stimmung beim Mda war entsprechend gedrückt. Inmitten dieser turbulenten Zeiten tauchen nun auch noch Gerüchte auf, die die Beziehung zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli betreffen. Es wird gemunkelt, dass Beatrice Egli kürzlich auf eine alte Bekanntschaft getroffen ist, die bei ihr tiefe, unerwartete Emotionen ausgelöst hat. Diese Begegnung hat nicht nur bei ihr selbst, sondern auch in ihrem Umfeld für einiges Aufsehen gesorgt. Die Begegnung fand während einer Pause in den Proben zu einer ihrer Show statt. Beatrice traf zufällig auf ihren alten Schulfreund Markus, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Markus, der mittlerweile als Fotograf arbeitet, war gerade zufällig in der Stadt und hatte beschlossen, die Show zu besuchen. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte Beatrice eine Welle der Nostalgie und unerwartete Gefühle aufsteigen. Die beiden hatten früher eine enge Freundschaft, die jedoch im Laufe der Jahre verloren ging. Während eines gemeinsamen Cafés nach der Show kamen alte Erinnerungen hoch und Beatrice fühlte sich plötzlich hin- und hergerissen. Einerseits war da Florian, mit dem sie eine tiefe Verbindung und gemeinsame Zukunftspläne hatte, andererseits war da Markus, der alte Gefühle in ihr weckte. Diese emotionale Zerrissenheit blieb Florian nicht verborgen. In einem ruhigen Moment suchte Florian das Gespräch mit Beatrice. Beatrice, ich merke, dass etwas nicht stimmt. Du wirkst so nachdenklich in letzter Zeit. Was ist los? fragte Florian besorgt. Beatrice seufzte und schaute Florian in die Augen. Florian, ich habe Markus wieder getroffen. Erinnerst du dich, ich habe dir von ihm erzählt, meinem alten Schulfreund. Es hat alte Gefühle in mir geweckt und ich bin verwirrt. Florian legte sanft seine Hand auf ihre. Beatrice, es ist nur natürlich, dass alte Erinnerungen und Gefühle wieder hochkommen, wenn man jemanden aus der Vergangenheit trifft. Wichtig ist, dass wir offen miteinander reden und ehrlich zueinander sind. Beatrice nickte und fühlte eine Welle der Erleichterung. Danke, Florian. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Ich möchte, dass wir ehrlich zueinander sind und nichts voreinander verbergen. Diese Offenheit und das Vertrauen zwischen Florian und Beatrice halfen ihnen, die Situation zu klären und ihre Beziehung zu stärken. Trotz der Herausforderungen und der emotionalen Verwirrung blieb ihre Liebe zueinander ungebrochen. Die Begegnung mit Markus half Beatrice letztendlich, zu erkennen, wie tief ihre Gefühle für Florian wirklich waren und wie wichtig er in ihrem Leben ist. Florian und Beatrice verbrachten die nächsten Tage intensiv miteinander und ihre Beziehung weiter zu festigen. Sie planten gemeinsame Projekte und diskutierten über ihre Zukunft. Die Medien und die Fans beobachteten jede ihrer Bewegungen, spekulierten über mögliche Verlobungen und Hochzeitspläne. Die Tatsache, dass Beatrice offen über ihre Gefühle sprach und Florian unterstützte, stärkte das Vertrauen der Fans in ihre Beziehung. Ein entscheidender Moment kam, als Beatrice in einer Talgso offen über ihre Begegnung mit Markus sprach. Sie erzählte von den alten Erinnerungen und den Gefühlen, die wieder hochkamen. Doch sie betonte auch, dass diese Begegnung ihr geholfen habe, die Tiefe ihrer Gefühle für Florian zu erkennen. Florian, der im Publikum saß, lächelte und applaudierte, was das Publikum zu Standing Ovations bewegte. Nach der Show ging Florian zu Beatrice und umarmte sie fest. »Ich bin so stolz auf dich«, flüsterte er. »Du hast den Mut, offen über deine Gefühle zu sprechen. Das zeigt, wie stark unsere Beziehung ist.« Beatrice lächelte und erwiderte die Umarmung. »Danke, Florian. Mit dir an meiner Seite kann ich alles schaffen.« Die Fans waren begeistert von dieser öffentlichen Demonstration der Liebe und Unterstützung. Sie sahen in Florian und Beatrice das perfekte Paar, das alle Hindernisse überwinden kann. Die Medien berichteten ausführlich über die Talgso und spekulierten weiter über die Zukunft des Paares. Doch trotz all der positiven Entwicklungen gab es auch Herausforderungen. Die intensive Medienaufmerksamkeit und die ständigen Spekulationen über ihre Beziehung setzten Florian und Beatrice unter Druck. Sie mussten lernen, mit dem öffentlichen Interesse umzugehen und gleichzeitig ihre Privatsphäre zu schützen. Doch ihre Liebe und ihr gegenseitiges Vertrauen halfen ihnen, diese Herausforderungen zu meistern. Eines Abends, nach einem anstrengenden Tag voller Proben und Interviews, saßen Florian und Beatrice gemeinsam auf dem Balkon ihrer Wohnung und blickten in den sternenklaren Himmel. Es war ein langer Tag, seufzte Beatrice und lehnte sich an Florians Schulter. »Ja, das war es«, stimmte Florian zu und legte seinen Arm und sie. »Aber wir haben es geschafft. Und wir werden auch weiterhin alles schaffen, solange wir zusammen sind.« Beatrice lächelte und sah Florian in die Augen. »Ich liebe dich, Florian. Ich liebe dich auch, Beatrice«, erwiderte Florian und küsste sie sanft. Diese Momente der Ruhe und Intimität halfen ihnen, ihre Beziehung zu stärken um die Herausforderungen des öffentlichen Lebens zu bewältigen. Sie wussten, dass sie immer füreinander da sein würden, egal was die Zukunft brachte. Während die Fans weiterhin gespannt auf die nächsten Schritte von Florian und Beatrice warteten, genossen die beiden jeden Moment zusammen. Ihre Liebe war stark und unerschütterlich, und sie waren bereit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Ihre Beziehung ist ein strahlendes Beispiel für Vertrauen, Unterstützung und gegenseitige Zuneigung. Die Fans können es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für dieses bezaubernde Paar bereithält. In einer Welt, die oft von schnellen Veränderungen und unerwarteten Wendungen geprägt ist, bleiben Florian und Beatrice ein leuchtendes Beispiel für Beständigkeit und wahre Liebe. Die Behinderung ist ein Leuchtenspiel undyguide. Die Behinderung ist ein Leuchtenspiel. Der Beziehung ist ein Leuchtenspiel. Der Beziehungsungsies Wirk der Leuchtenspiel. Das kann man das hier echte,